Nani, Servus. Servus. Nani, hast du eine Geschichte mit heute? Ja, sogar eine Jager-Geschichte. Eine Jager-Geschichte hast du mit? Lies mir das viel. Ja, ich lese das viel. Der Jager liegt gut. Sein Wingerl wäre schrumm. Der Jager drückt an. Und die Gse macht bumm. Das Ganze schaut auf. Und der Jager schaut dumm. Und fragt sich warum? Ja, warum? Fällt den Halskamp sei nicht um. Was sagst? Ja, so kann es gehen, gell? Bis zum nächsten Mal. Gut, bis zum nächsten Mal. Für die. Für die? Nani.